Herzlich willkommen zu Jagdmister X zur Aufgabe 6 der Mathematik-Olympiade 2019 für die Klassenstufe 3. Die Eltern von Lars sind zusammen 84 Jahre alt. Sein Papa ist vier Jahre älter als seine Mama. Unsere Aufgabe ist es nun herauszukriegen, wie alt sind Mama und Papa. Dann geht die Aufgabe noch weiter. Amelie, seine kleine Schwester, ist drei Jahre jünger als er. Rieke, seine größere Schwester, ist drei Jahre älter als er. Zusammen sind sie 27 Jahre alt. Wie alt sind die Kinder? Die Eltern sind zusammen 84 Jahre alt. Der Papa ist vier Jahre älter. Das heißt, wenn wir von den 84 Jahren die vier Jahre, die der Papa älter ist, abziehen, dann erhalten wir ein Gesamtalter, wo die Eltern gleich alt sind. Also rechnen wir zunächst 84 minus 4 und das ergibt 80. Und 80 ist, wie gesagt, jetzt das Alter, wo Mama und Papa gleich alt sind. Das heißt, was müssen wir jetzt nur noch machen? 80 geteilt durch 2 rechnen. Und wir erhalten dann 40 und 40 ist das Alter von der Mama. Und der Papa ist vier Jahre älter als die Mama, also 40 plus 4 und das ergibt 44. Wir möchten euch gern noch eine weitere Möglichkeit zeigen, wie ihr solche Aufgaben lösen könnt. Und zwar wollen wir einmal für die Mama das folgende Symbol verwenden. Und dieses Symbol soll für das Alter der Mama stehen. Und wir wissen ja schon, dass der Papa vier Jahre älter ist als die Mama. Also können wir das Alter von dem Papa auch beschreiben, indem wir das Symbol für die Mama nehmen, also das Alter von Mama, und dann noch plus 4 rechnen. Und zusammen sind sie 84 Jahre alt. Das heißt, wir können dann folgende Rechnung aufstellen. Das Alter von Mama plus das Alter von Papa ergibt sich ja als das Alter von Mama plus 4. Und zusammen sind sie 84 Jahre alt. Und wenn wir uns diese Rechnung jetzt genau anschauen, dann sehen wir, dass die Mama zweimal vorkommt. Das heißt, wir können dafür ausschreiben, zweimal die Mama plus 4. Und das ergibt 84. Und wenn wir uns diese Rechnung anschauen, wie viel bleibt dann für zweimal Mama übrig? Vier sind ja schon vergeben. Für zweimal Mama bleibt dann 84 minus 4, also gleich 80. Wir erhalten nun als neue Rechnung, zweimal Mama ist gleich 80. Wir wollen aber nicht wissen, wie alt zweimal Mama ist, sondern nur einmal. Das heißt, wir müssen die 80 noch durch 2 teilen und erhalten dann das Alter der Mama. Also die Mama ist gleich 80 geteilt durch 2, 40 Jahre alt. Und wenn ihr mal schaut, das haben wir hier auch schon herausbekommen. Und der Papa wäre jetzt die Mama plus 4, also 40 plus 4 ist gleich 44. Kommen wir zum Aufgabenteil B. Amelie, seine kleine Schwester, ist drei Jahre jünger als er. Rieke, seine größere Schwester, ist drei Jahre älter als er. Zusammen sind sie 27 Jahre alt. Zunächst einmal könnten wir so tun, als wären alle drei Geschwister gleich alt. Und wenn dem so wäre, was müssten wir dann rechnen? 27 geteilt durch 3. Und das ergibt 9. Und wenn ihr euch jetzt den Aufgabentext nochmal anschaut, wer wäre dann 9 Jahre alt? Das ist unser Lars. Und die kleine Schwester Amelie ist ja 3 Jahre jünger als Lars, also 9 minus 3. Somit muss Amelie 6 Jahre alt sein. Und Rieke ist drei Jahre älter, also 9 plus 3. Also ist Rieke 12 Jahre alt. Und wenn wir noch einmal die Probe machen, 12 plus 9, das ergibt 21 plus 6, ergibt 27. Und Amelie ist drei Jahre jünger als Lars. Und Rieke ist drei Jahre älter als Lars. Also alles stimmt. Und auch hier wollen wir euch noch einmal zeigen, wie man diese Aufgabe alternativ lösen könnte. Das Alter von Amelie wollen wir einmal durch dieses Symbol veranschaulichen. Wir wissen, dass Amelie drei Jahre jünger ist als Lars. Also muss Lars drei Jahre älter sein als Amelie. Das heißt, wir können dann auch schreiben, Lars ist Amelie plus drei Jahre alt. Und Rieke, die größere Schwester, ist drei Jahre älter als er. Das ist das Alter von Lars. Und Rieke ist noch drei Jahre älter, also muss hier dann noch plus 3 hinzukommen. Also schreiben wir das alles einmal auf. Das ist das Alter von Amelie. Wenn wir drei hinzufügen, haben wir das Alter von Lars. Und wenn wir dann noch einmal drei hinzufügen, haben wir das Alter von Rieke. Zusammen sind sie 27 Jahre alt. Das heißt, das Alter von Amelie plus das Alter von Lars plus das Alter von Rieke ergibt 27. Und diese Rechnung können wir noch vereinfachen. Und zwar kommt Amelie dreimal vor. Eins, zwei, drei. Wir können dafür auch schreiben, dreimal Amelie. Und dann haben wir noch drei plus drei plus drei. Das ergibt neun. Also plus neun ist gleich 27. Und auch hier müssen wir jetzt überlegen, wie viel bleibt für dreimal Amelie übrig? Neun sind ja schon vergeben. Für drei mal Amelie bleibt 27 minus neun, also gleich 18 übrig. Und wieder wollen wir nicht wissen, wie viel dreimal Amelie ist, sondern wir wollen wissen, wie alt ist Amelie. Das heißt, wir müssen jetzt die 18 noch durch drei teilen. Und damit erhalten wir unser Alter für Amelie. Amelie ist nämlich 18 geteilt durch drei, sechs Jahre alt. Und wenn ihr einmal schaut, das hatten wir hier auch schon herausbekommen. Und Lars ist dann Amelie plus drei, also neun Jahre alt. Und Rieke ist dann zwölf Jahre alt. Wir wünschen euch viel Spaß beim Denken, Knobeln und Tüfteln und bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020